Und jetzt Mario Pomme ist am Ball und im Strafraum, faul, faul im Strafraum. Da sieht er rot, da muss er vom Platz. Sie steigen in die Fritteuse ein, dann brauchen Sie 10 Minuten, bis Sie gau sind, weil das ja klar ist. Heiße, geile, fette Gefritten warten auf Euch. Oh, ruft mich an. Oh, ruft mich an. Herbert, schaust du dir schon wieder diese Frittchen an? Nein. Oh, ruft mich an. Untertitelung des ZDF, 2020